Was sind die Betriebe, die wir da ausgeguckt haben, wirklich Großbetriebe? In der Regel ist es nicht so, dass diese Betriebe, die wir da ausgeguckt haben, wirklich Großbetriebe sind, sondern es sind kleine Betriebe, 50, 60, 70, maximal vielleicht 200 Beschäftigte. Und der gewerkschaftliche Gedanke in diesen Betrieben ist nicht so verankert wie zum Beispiel in der Großindustrie. Insofern war das schon ein schwieriges Handlungsfeld für uns, in diesen Betrieben auch als Gewerkschaft Fuß zu fassen. Wir mussten erst mal für uns Werbung machen, uns vorstellen in den Belegschaften, um so eine gewisse Attraktivität auch für die Beschäftigten zu erreichen. Natürlich sind wir in vielen, vielen Fällen in unserer Arbeit behindert worden. Auch Kollegen, die sich bereit erklärt haben, für eine Betriebsratswahl zur Verfügung zu stehen, die sind mit massiven Druck ausgesetzt worden. Das ist ein Extremfall, aber in anderen Fällen war es so, dass man das Dornröschen einfach nur wach küssen musste, um zum Erfolg zu kommen. Also beides ist da möglich. Ein Punkt ist sicherlich, dass wir auf den Gesetzgeber Einfluss nehmen müssen, dass Leute, die sich wirklich bereit erklären, Betriebsratsarbeit zu machen, dass die nicht in so ein Muster gesteckt werden von ihren Chefs, dass sie da wirklich verfolgt werden, dass sie sich Repressalien ausgesetzt sehen. Also da brauchen wir wirklich einen strengeren Riegel des Gesetzgebers, um solche Dinge wirklich zu vermeiden. Weil die Kolleginnen und Kollegen wollen ja nichts anderes, als ihrem demokratischen Rechten nachzugehen, nämlich als Betriebsrat in einem Betrieb zu fungieren. Das ist nun mal gesetzlich möglich und vorgeschrieben. Und es ist eigentlich schlimm, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die durch anwaltliche Vertretung das Ganze zu verhindern, zu versuchen. Und da, wo wir als IG BCE dann am Ende Fuß gefasst haben, da sind dann auch die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen deutlich besser als vorher. Also wir gehen da nicht nur rein, um Mitglieder zu machen. Wir sind da keine Türdrückerkolonne, sondern wir wollen am Ende auch etwas für die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den neu gewählten Betriebsräten dann erreichen. Wir wollen Tarifverträge abschließen. Also wir wollen, dass am Ende auch die Lebensbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen deutlich bessere sind als vorher.